Willkommen in Wuppertal. Die sogenannte Stadt im Grünen liegt südlich des Ruhrgebiets und ist bekannt durch ihre Universität und natürlich wegen der berühmten Schwebepaar. Sie bildet das Wirtschafts- und Kulturzentrum des Bergischen Landes. Die nahegelegenen Großstädte Düsseldorf und Bochum sind von hier aus schnell zu erreichen. Die von uns angebotene 210 Quadratmeter große Wohnung liegt in Wuppertal-Katernberg. Der Stadtteil gehört zu einer der Top-Adressen in Wuppertal. Hier wohnt man in ruhiger Lage und doch zentral. Doch schauen wir uns erst einmal um. Sie betreten die Wohnung über den geräumigen Flur. Zur besseren Orientierung kennzeichnet der rote Punkt unseren Standort. Beginnen wir mit der Küche. Diese helle Küche bietet jeden Komfort und lässt keine Wünsche offen. Ob Ceranfeld, Spülmaschine oder dem Ofen auf Augenhöhe, hier finden sich alle Einrichtungen des modernen Wohnens. Genügend Stauraum und Fernsehen beim Kochen natürlich inklusive. Wir verlassen die Küche und werfen einen Blick ins Gäste-WC. Hier finden wir Eleganz im klassischen Stil. Unser Rundgang führt uns weiter über den Flur zum Schlaf- oder Kinderzimmer. Weiter geht es über den Flur zum Hauswirtschaftsraum. Dieser sogenannte Hauswirtschaftsraum bietet Ihnen außer den Anschlussmöglichkeiten für Waschmaschine und Trockner auch noch eine Dusche und ein Handwaschbecken. Unser Weg führt uns weiter in das Ankleidezimmer. Dieses hat durch zahlreiche Einbauschränke eine Menge Platz für Ihre Garderobe zu bieten. Direkt neben dem Ankleidezimmer gelangen wir in das Badezimmer. Dieses Wellnessbad lässt keine Wünsche offen. Von Eckbadewanne über WC, Bidet bis hin zum Doppelwaschtisch ist alles hier zu finden. Als besonderes Highlight eine Dusche mit bodengleichem Ablauf. Kommen wir nun zum Kernstück der Anlage, dem großen Wohnzimmer. Eine Vielzahl von indirekter Beleuchtung ist in der gesamten Wohnung vorinstalliert, so dass das lästige Planen der Lampen für Sie entfällt. Die barocken Türrahmen und Türblätter wurden übrigens genau wie die vielen anderen Verzierungen eigens für diese Wohnung importiert und prägen diese Einheit mit edlem Design. Die große Terrassentüre lässt sich fast komplett öffnen und bringt sie vom Wohnzimmer direkt auf die Terrasse. Doch die Terrasse schauen wir uns später an. Begeben wir uns nun von hier aus in einen weiteren Raum. Dieser Raum mit direkten Zugang zum Wintergarten ist als Büroraum oder Schlafzimmer konzipiert. Spiegelbildlich findet sich der gleiche Raum noch einmal direkt nebenan. Natürlich überlassen wir die letztendliche Nutzung dieses Raumes Ihnen, aber denkbar wäre zum Beispiel auch ein zweites Kinderzimmer. Beide Räume sind durch moderne Glastüren mit dem Wintergarten verbunden. Dieser Wintergarten lädt zum Frühstücken oder einfach zum gemütlichen Sitzen bei einem Glas Wein an kalten Winterabenden ein. Natürlich erreichen Sie von hier aus über die großflächigen Türen auch wieder die Terrasse. Diese große Terrasse mit südwestlicher Ausrichtung könnte schon im nächsten Sommer Ihr Sommendomizil sein. Als besonderer Bonus ist die Nutzung des riesigen Gartens für Sie als Mieter inklusive. Wir beenden unseren Rundgang mit einem Blick in Ihre Doppelgarage. Wenn Sie nun glauben, diese 210 Quadratmeter große Wohnung könnte, ob ganz privat oder zur teilweise geschäftlichen Nutzung, Ihr neues Zuhause werden, dann sprechen Sie mit uns. Denn eines ist sicher, Ihre Sorge um genügend Platz gehört ab jetzt der Vergangenheit an. Das sind Sie hier, Ihre Sorge um genügend Platz wird ab jetzt der Vergangenheit an.